Herr Krah, wir wollen eine Meuterei starten. Eine Meuterei? Ja. Gegen... Gegen die Tentakelfrau. Eine Meuterei? Gegen die Tentakelfrau? Gegen Möpi? Bringen wir mal ein bisschen zurück, Mann. Vielleicht sollten wir erst überhaupt einen Raum haben, wo wir uns zusammen hinsetzen können. Oder eine Ecke oder sowas. Wird erledigt. Oh, sie wollen halt, dass wir einen Baum haben. Aber damit bin ich ja vollkommen okay, wenn wir nur einen Baum haben. Aufsache, ich hab meine Ruhe. Wir können auch einen Kirschblütenbaum hinsetzen und rausschreiben Eiche. 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 Mit Anführungsstrichen gefunden. Okay, jetzt einmal mit Kontext. Wir besaßen einen Kirschblüten-Sätzchen, den wir einfach eingesetzt haben. Obwohl wir es eigentlich gar nicht durften. Und Möpi hat ihn so hardcore verteidigt, dass sie dann dementsprechend beschuldigt worden ist. Und ich wollte mich ein bisschen aus diesem Stress rausziehen. Genau. Deswegen. Danach ist ein bisschen Zeit vergangen und ja, Kopfgeld. Erstes Kopfgeld. Möpi das Kopfgeld aussetzen. Freiwillig. Jeder kann sie jederzeit unangreifend ohne eine Strafe und ihre Sachen mitnehmen, bis die Strafe verbüßt ist. Bezahlung ist Beweis des Ablebens oder Abbefangen der Person Möpi. Gezeichnete Diaball. Herr Krah. Wir wollen eine Meuterei starten. Eine Meuterei? Ja. Gegen. Gegen die Tentakelfrau. Gegen die Tentakelfrau. Da. Deswegen bin ich auch ja hier. Bin eben Kopfgeld. Sollten wir uns zusammenschließen. Ja. Wir wollen auch gerne das Kopfgeld haben. Damit ich mich nicht verstehe jetzt nicht. Ist denn die Tentakelfrau denn da? Ja. Da hinten. War sie kurz. Also wir sind alle zurückschippert. Ich weiß nicht ob sie sich jetzt versteckt. Seite bewaffnet. Also ich hätte ein Schwert dabei. Wir wollten sie eigentlich erstmal versuchen lebendig abzugeben. Dann. Ah. Die beiden. 13 wusste was da. Oh mein Gott. Im Namen der unabhängigen Daten. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Haben sie noch die Chance sich freiwillig zu ergeben oder ich muss mir leider den Kopf holen. Was? Nein. Beweise. Hast du Beweise was ich überhaupt getan haben soll? Glaub diesen Elia nicht. Weißt du überhaupt was der Elia tut? Und die zwei macht auch noch mit? Die zwei macht auch noch mit? Das Kopfgeld ist schon verlaufen. Das ist doch nicht. Nein. Lass uns doch nicht. Lass uns einmal mitnehmen und sprechen. Nein. Ich gebe ihnen 10 Sekunden Bedenkzeit. Sonst ähm. Wenn sie fliehen sind die 10. Sie flieht. Du willst doch gar nicht mehr in unserer Crew sein. Was machst du denn eigentlich noch hier? Ja. Wir kabern das Schiff. Was? 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 Hallo? Hilfe! Baut sie ab. Die hat ein Board. Oh, die hat Trick 17, Alter. So, hallo. Na, wen haben wir denn da? Wo kommt denn das her? Wo ist denn die Person? Nur mal nur Uno auf der Verhandlungsliste. Sie ist gerade geflüchtet, nachdem ich sie in drei Schwertypen gegeben habe. Sie wollte sich nicht... Ein Schwertypen ist ja schon mal ein guter, gutes... Was? Sie wollte sich nicht ergeben. Das ist unerhört. Sie wollte sich nicht ergeben. Das weiß ich. Sie hätte auch ruhig um ihr Leben verhandeln können. Jetzt ist er auch noch flüchtig. Was wollt ihr denn von ihr eigentlich? Jetzt wird sie von allen gesucht. Ja, das ist ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ja, aber warum? Aus mehreren Gründen. Was hat sie denn getan? In den verbotenen Bereich gehen. Die Tiere der neutralen Insel stehlen. Schilder auf der Insel verteilen. Die halbe Insel war schon hinter diesem Vorhang. Ja, aber nur eine Person hat diesen Panda aus der Maschine genommen. Das scheint. Wo die andere Person, die einen Panda hat. Also bleibt nur einer. Und der ist auch noch zugegeben. Und dazu kommt noch ein Verdacht, dass sie eine Hafenanlage angezündet hat auf der neutralen Insel. Also dem Tier ging es eigentlich ganz gut. Das war reserviert für jemand. Ich habe es gesehen, aber es ist ziemlich abgemacht. Ach, sie waren auch hinterm Vorhang. Sie hat, nein, sie hat es mir gezeigt nur, weil sie hier war. Ach so, sie hat es gezeigt. Ich war noch selber nicht da. Es bleiben die Verbrechen, die jetzt begangen wurden. Die werden restlos aufgeklärt. Es gibt Verbrechen, die begangen wurden, für die ich keine Beweise habe. Aber es gibt auch durchaus Verbrechen, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass die schuldige Person gerade gejagt und ihrer Gerechtigkeit oder gerechten Strafe zugeführt wird. Wie sollen wir den Beweis mitbringen? Reicht die Klinge? Klinge? Mit der sie nichts dabei hat. Reichen Haare, Kopf, Nase, Finger. Ich weiß nicht, das ist so barbarisch. Blut. Eine Seegurke? Ich weiß nicht, eine Seegurke. Hatte sie eine Seegurke dabei? Ja, sie hat eine Seegurke dabei gehabt. Sie hatte von Seegurken dabei gehabt. Also eine Seegurke ist vielleicht, naja, vielleicht doch lieber im Kopf. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, wo sie ist. Guten Tag, wie kann ich helfen? Habt ihr denn typischerweise die Frau Milpie gesehen? Nee, leider nicht. Das zielt mich brutal. Wir haben ihr Kopf. So, wir müssen jetzt ins Neutralen, ne? Wir müssen den Wald aufsuchen. Herr Wald! Ja? Wir haben Sie. Wir haben Sie. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem ersten Kopfgeld, ja? Erstmal den Beweis. Das ist der Beweis. Das ist eindeutig ein Beweis. Wissen Sie was? Das akzeptiere ich als Beweis. Ich würde sagen, wollen Sie hier ausgezahlt werden? Ja, ja, bitte. Gut. Das haben Sie gut gemacht. Sie haben sich nicht von Ihrer geblinden Realität gegenüber ihr Crew blenden lassen, sondern haben das Richtige getan. Sie haben das Geld genommen. Wie wäre es? Suchen Sie noch zufälligerweise Mitglieder? Suchen Sie einen aktiven Kopfgeldjäger? Ja, das ist natürlich eine Sache, die wir immer gebrauchen können. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Bedarf an blutigem Handwerk haben, aber ja, doch. Doch. Das Reich mit dem meiste Geld hat auch immer den einen oder anderen Jäger parat. Ich finde das gut. Ich finde das... Wissen Sie was? Wissen Sie was? Ich finde, da ist ein guter Handel. Ich finde das einen guten Vorschlag. Also, falls Sie so ab und zu mal nach dem Rechten sehen, so ein bisschen um die Insel schlawinern, damit auch so ein Vorfall mit den Schildern nicht wieder passiert, wäre mir das ganz recht.